Katel X ist für Volkswagen der konsequente nächste Schritt für mehr Resilienz, Nachhaltigkeit und Effizienz in der Lieferkette. Wir hoffen uns durch den sicheren, unternehmensübergreifenden und auch Kartell rechtlich sauberen Datenaustausch mit unseren Geschäftspartnern, eine noch engere Vernetzung über die globale Lieferkette hinweg. Wir haben jetzt erfolgreich im Volkswagen-Konzern das Ganze über die Marken und Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns hinweg konsolidiert und macht das Gleiche jetzt für die gesamte Industrie. Jeder macht das Gleiche. Es ist viel effizienter, das einmal für alle zu machen und das ist die Grundidee vom Geschäftspartner-Datenmanagement in Katel X. BPDM ist das Fundament der anderen Use Cases, weil wir der Single Point of Truth sind für die Businesspartner-Daten im kompletten Katena-Netzwerk. Wir versorgen im Endeffekt alle mit einer eindeutigen BPN oder mit einer ID. Für Katena X als Gesamtes geht es uns ganz stark auch um die verbesserte Versorgungslage, die Resilienz der Lieferketten. Dadurch werden unsere Kunden schneller mit ihren Produkten bedient, müssen weniger lange warten. Das ist der Vorteil von einer solchen Community, von einem solchen Konsortium und das ist wirklich einmalig in der Industrie und dass Katena X wirklich ein Vorbild für auch andere Industrien ist. Als Gründungsmitglied von Katena X haben wir ein einheitliches Geschäftspartner-Datenmodell und den Golden Record zur eindeutigen Identifizierung der korrekten Geschäftspartner-Daten mitentwickelt. Beides bildet die Grundlage, damit alle Unternehmen ihre digitale Kommunikation in einem einheitlichen Standard vornehmen können. Das macht es für uns möglich, tausende unterschiedliche Identifikationen von Kunden und Lieferanten auf eine sogenannte Geschäftspartner-ID pro Unternehmen zu reduzieren. Auf Basis der Katena X Geschäftspartner-Services können wir unsere Kunden- und Lieferantendaten kontinuierlich aktualisieren. Wir können damit Frühwarnsysteme etablieren, die uns aktiv Informationen zu unseren Geschäftspartner liefern. Dazu gehören Adress- und Steuernummeränderungen, genauso wie Informationen zu Länderrisiken oder Bankdatenbetrungen. Die Katena X Geschäftspartner-Services erzeugen bei Schaeffler einen signifikanten Nutzen. Deshalb haben wir bereits mit der Umsetzung gestartet, sind bereits connected mit dem allerersten Service und werden weitere Services schnellstmöglich einsetzen. Mit dem Extremismus mit dem Grund zulooking yapME Untertitelung des ZDF, 2020